Hallo, wir melden uns wieder aus Tjewastopol. Wir sind gerade in der Universität hier und werden eine Vorlesung halten. Thema sind wir und unser Projekt und wir werden den Leuten, die seit zwei, drei Jahren Deutsch lernen, etwas über uns erzählen, über unser Projekt und dann je nachdem, welche Fragen sie haben.